Hallöchen, ihr Lieben und ein herzliches Valhalla. Ich versuche mich jetzt an der nächsten Prüfung. Prüfung des Wolfs. Mal gucken. Fernkampf. Okay, da geht es um... In Ordnung. Was haben wir denn da? Sengender Fernangriff. Zünde die Spitze der Missfallans. Um alles, was du damit triffst, zängt Feuer. Okay. Ich weiß nicht, ob das so was für mich ist. Ja. Elanbogen. Ach du Schande. Scheidet die Wachen aus. Interaktiert Tötungen. Nice. Pass das mal an. Mehr als in die Hose ging, kann es nicht. Tor verleiht mir Kraft. Okay. Soll ich von hier nicht? Will ich hier noch einen anderen Weg lang nehmen? Ne, ich glaube nicht, ne? Oder? Schau mal nach. Glaub ich keiner drunter. Der könnte, glaube ich, ganz gut sein. Okay. Okay. Okay, langsam werden sie fit und wach. Hey, aber komm doch weg! Das ist doch müde! Wie gut ich treffe. Das ist eine ziemlich großartige Vorstand. Der wird in Colorado eine Schmerzung aufgefahren. Oh! Das ist ein Schmerz ste� mit einem Schmerz. Aua Ah, so funktioniert der Darunter wollte ich jetzt eigentlich nicht Da komme ich von außen nicht ran, ich will doch nur das Ding abschießen So, wo sind noch welche, da unten Ich glaube der war ganz gut Das kam genau richtig genug Da nicht Da hoch Mach mal halblang mein Kumpel, ich weiß gar nicht wo du bist Ich fühle mich schon stärker Ich hörte dich Hier macht ja auch nicht rum Okay Okay Uh Ich hör's auch nicht mehr gerecht Verlernt So, dein Untergang nahen Verdammt Triff ich den von hier auch nicht mehr Wo kann ich denn hin Da kommt er ja schon wieder Okay Zumindest habe ich wohl alle erwischt Neue Bestleistung 670 von 1000 Punkten Indirekte Tötungen Nicht ganz so viele Wenn ich das gerne gehabt hätte Ich das gerne gehabt hätte Dann nochmal Prüfung Das ist Raben Auch Fernkampf Rabenablenkung Sette deinen Rang Um Gegner kurz abzulenken Okay Ich glaube der genaue Attentate Unentdeckt bleiben Schiel alle Artefakte Und äh Okay Erscheitert wenn ich raus Anstatt rein Hilfen wir mal gehen Alle Artefakt 1957 Ich bleibe назneig Ich will das Avec permet pharm captivativ Du bist Nein Ich habe in purple filling Du bist Du bist sehr schön na komm du hörst mich doch pfeifen komm zu Papa oh, was war denn das? hmm, sehr merkwürdig doch, jetzt kommen die hier echt alle warum der da auch immer aus der falschen Seite rausgesprungen ist verdammter Axt hier in der Nähe ist eigentlich jetzt erstmal nur noch der da hinten was haben wir denn da? was haben wir denn da, sagt er ist der wieder hoch? und wenn nicht oh, hier kann ich rein ok, also ich bleib mit dem Anlad weiß auch nicht, was das eben war ob ich mich bei dem Geräusch gerade so ein bisschen erschrocken was ist der denn da oben? na komm her, ich weiß, dass du mich gehört hast echt jetzt ok dann halt so komm ... So läuft das also. Das letzte Atefakte. Wo komme ich denn hier ein bisschen hoch? Da? Nee, da nicht. Riecht da oben lang? Das wäre die Frage. Ja, den kann ich eigentlich schon anbieten, glaube ich. Das wird wieder ungefähr nicht unbedingt. Na, wenigstens bewegt er sich. Komm, einmal um die Mauer rum. Ja, das wird jetzt auch Zeit. Wie läuft der denn jetzt hin? Ja. 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 Okay, der versucht jetzt hier hier nochmal über den Zaun zurück zu springen oder was? Sehr schön Was haben wir denn da? Da siehst du Da wäre ich beinahe vorbeigelogen Wenn ich zu dir wieder da rüber kommen soll, ist mir aber auch ein Rätsel Ja komm, den hebe ich mir vorsichtig aber mal bis zum Schluss auf Wenn das tatsächlich so ein bisschen verbackt ist, komm ich dann nicht mehr zurück So, da unten ging es noch irgendwo rein Ich habe mir auch heute gar nicht so dermig dran gestellt So, da wir hier miteinander sind, können wir dann den Vogel auch nicht einsetzen Nope Okay, jetzt ist beendet oder was? Dachte ich kann jetzt hier anderen auch in Ruhe krehen Aber nö, dann halt nicht Okay Unentdeckt bleiben, naja gut Das hat ja am Anfang irgendwie nicht geklappt, weil Keine Ahnung Ewa meinte auf der falschen Seite vom Heuerhaufen rausspringen zu müssen Anstatt einer anderen Tat Aber sonst war das gar nicht so schlecht, finde ich Okay, Meisterschaft verlassen Das war's für heute und ich glaube beim nächsten Mal mache ich mal nochmal ein paar Äh Ja, ein paar Räte und so Wobei ich habe ja drei Krossenmütter jetzt Okay Okay, dann das machen wir natürlich noch Äh, Hildiran, Hildiran, wo ist mein Lager? Ja Irgendwo da, genau Wollen wir hier dringern? Hier dran? Da Ah ne Quatsch, das war Olek Hm Wo ist das? Da Manchmal bin ich echt blind Mann, 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 Mann Aber die Ladezeiten, die sind bei der PS5 echt so viel kürzer Das finde ich so cool Die Übung ist abgeschlossen Ich sollte zu Hildiran zurückkehren Und so, dann auf geht's Wollen wir den Festplatz? Nö, jetzt nicht So, Mann, Mann, Mann Wollen Du bist zurück Hier, ich bin fertig Hm Hm Das hast du gut gemacht Ich habe in meinem Leben viele Schätze gesammelt Ich gebe sie fort Doch nur an Dränger, die ich für würdig erachte Es wäre mir eine Ehre Okay, bei ihr kann ich also jetzt ein bisschen was kaufen Gibt ja nette Sachen, ne? Eisiger Tod Du hast Zorn Blaue Feuerstellung, hm Nicht schlecht Wenn du deine Ausbildung durch den Besuch weiterer Schreine fortsetzt, werde ich dir mächtigere Schätze schenken können Oha Quest abgeschlossen Eine Herausforderung für Götter Neue Quest Die grüptische Lehre der Hildiran Dann Sammle mehr Abzeichen Silbe Abzeichen Bronze Abzeichen Okay Dann Gehen wir dabei Demnächst mal ran Aber ich glaube ich mache jetzt zur Abwechslung erstmal wieder ein paar Rätsel beim nächsten Mal Mal schauen Soll ja nicht langweilig werden Ich sag mal bis dahin Bye 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 Auf Wiedersehen Vielen Dank.